der perfekte weihnachtsbaum muss gut geschmückt sein erstmal natürlich die erste aufgabe sieht man hier den guten baum aussuchen also sollte schon ein bisschen größer sein schön voll soll er sein ja und dann gucken wir gleich mal welchen wir dann absenken der baum ist ein traum ihr seid ein traum den baum hast du ausgesucht ein 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 ein